Danke. Hey. Hey, du. Bürgermeisterin? Ich glaube, korrekt heißt es Eure Majestät. Für mich bleibt sie immer Bürgermeisterin. Das war's. Das ist ein Happy End. Nein, Miss Swan, nicht mal annähernd. Das ist kein Ende. Ich hasse Enden. Weil dann die Geschichte zu Ende ist. Und alle hier? Nein. Deren Geschichten sind noch lange nicht zu Ende. Gut. Dann eben ein Happy Anfang. Ich nenne es eher... eine zweite Chance. Meine Geschichte hätte schon vor langer Zeit zu Ende sein müssen. Doch dann taten neue Menschen in mein Leben. Menschen, die mir eine zweite Chance gaben. Ich bin neugierig darauf zu sehen, was als nächstes auf mich zukommt. Auf jeden von uns. Ich weigere mich zu glauben, dass es nicht noch mehr Abenteuer gibt. mehr Liebe. Mehr Liebe. Mehr Liebe. Mehr Liebe. Neue Familien. Und ja, es wird weitere Verluste geben, weil sie zum Leben dazugehören. Doch letztendlich werden wir alles Leid überstehen. Durch Hoffnung. Und ja, es wird alles Leid. Amen. Amen. Amen.